Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Grand Theft Auto V, der Storyline. Und ja, ihr hört richtig, ich denke heute ein bisschen anders und zwar liegt das einfach ganz einfach daran, ich habe bei mir hier die komplette Mikrofontechnik komplett umgestellt. Ich habe ein neues Mikrofon, neu verkabelt, läuft über eine andere Technik und so weiter und so fort mit Mischpult dazu, also qualitativ deutlich hochwertiger. Und deswegen ruhig mal in die Kommentare schreiben, wie ich klinge für euch, bin ich zu laut, bin ich zu leise, bin ich zu bassreich, bin ich zu wenig bassreich, klinge ich gut, klinge ich zu wenig, egal was euch einfällt. Meinungen bitte hören, denn für euch mache ich das ja alles, dass ich versuche qualitativ ein bisschen besser zu werden. Und vor allem ganz wichtig, wenn ich nämlich mal niesen muss, dann kann ich nämlich, ich zeige es euch mal, ich kann nämlich leiser werden, ich kann leiser werden oder ich kann es komplett weg machen. Das heißt, kein Niesen oder Hust mehr, sofern ich daran denke, dass ich es leiser machen kann. Wird immerhin eine Folge sein, weil ich rendere die Folge nämlich nicht mehr und selbst wenn ich sie gerendert habe, habe ich mal vergessen, das rauszuschneiden. So, wo sind wir denn jetzt hier? Letzte Folge haben wir hier Flugschule gemacht und haben mit dem Flieger das Ganze gemacht. Wir haben Übungsstart, Landung auf Vollbahn, Messerflug, Tiefflug, Loopings und heute machen wir die Helikopterflüge. Und da fangen wir jetzt gleich mal an und legen los. So. Ich bin auch noch ein bisschen parallel an den Aufnahmekodecs noch ein bisschen am Spielen, denn momentan nehme ich zwar so auf, also ich sollte hier durch solche Ziele fliegen, momentan nehme ich so auf mit dem X264 Codec direkt, dass ich dann so hochladen kann. Allerdings lässt sich dieser Codec extrem schlecht bearbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt mal ein Video habe, was ich nochmal bearbeiten müsste, aus irgendwelchen Gründen, geht das extrem schwer. Und deshalb bin ich da noch am gucken, dass ich so sagen, das Video trotzdem ohne groß was zu machen, zum direkten Hochladenkriege. So. Direkt Hochladenkriege, aber ich immer noch das Video bearbeiten kann, falls irgendwas sein sollte. Das bin ich jetzt momentan nochmal am Rumexperimentieren. Ich muss mich vor allem tierisch dran gewöhnen, damit an neuen Aufnahmetechnik hier höre ich mich selber reden. Das war vorher nicht so, vor allem wenn man große Kopfhörer aufhatte, hatte man sich nicht gehört. Da hat man sich sehr schnell dran gewöhnt. Öh, komm da rüber. Aber jetzt ist es natürlich so, dass ich mich selber höre. Das wird sozusagen direkt in mein Headset reingekoppelt, was ich hier spreche. Very nice. Kommt da noch einer. Und das muss ich mich erst wieder dran gewöhnen. Das ist zwar geil, weil man da wirklich Feedback bekommt. Sehr schön. Weil man da wirklich Feedback bekommt, wie man eigentlich klingt. Aber trotzdem ist es eine Umstellung. Und man muss sich erst dran gewöhnen. So, wie viel haben wir denn noch hier? Für Gold? Ist auf jeden Fall eine größere Strecke. Erst mal wieder Höhe gewinnen. Ist ja nicht so, dass ich noch kein Hubschrauber geflogen wäre. Obwohl, ich muss zugeben, ist es schon wieder fast zwei Wochen her, wo ich letztes Mal GTA gespielt habe. War einfach zu viel dazwischen. Natürlich immer an den freien Tagen. Wenn ich mal aufgenommen habe, habe ich mit Don STO aufgenommen. Und, ähm, letztes Wochenende konnte ich kein GTA aufnehmen aus zeitlichen Gründen. Und dann hat man ganz schnell, ach, geschafft. Dann hat man ganz schnell mal hier ein bisschen Rückstand wieder. Das heißt, Rückstand nicht. Auf dem Kanal sind noch genug Videos veröffentlicht, aber ich habe für mich Rückstand. Ich bin gerade nicht so hundertprozentig drin. Und da muss ich mich gerade mal zwei Minuten hier investieren, um reinzukommen. So, ich habe noch etwas weniger als eine Minute Zeit. 40 Sekunden, um auch noch genau zu sein, um Gold zu schaffen. Mal ein bisschen Höhe verlieren, ein bisschen runtergehen. So. Ich hatte in den letzten Folgen ja vor allem auch hier über Aufnahmetechnik und so weiter geredet. Ich, ich fange da jetzt gar nicht so groß an, da jetzt nochmal hier Erklärungen zu machen, allem drum und dran. Ähm, aber mich würde mal von euch interessieren, mich würde von euch mal was anderes interessieren, denn dieser Qualitäten, die auf YouTube momentan ja eigentlich erscheinen. Es ist ja mittlerweile neu, dass man nicht nur jetzt Full HD und sowas auswählen kann, sondern auch was, habe ich den jetzt verloren? Den haben wir. Alter, das sind aber die ganzen scharfen, die ganzen scharfen Kurven hier. So, und jetzt runter. Gut, ich habe es bestanden, aber allerdings nicht gerade eine Glanzleiste, aber dafür ist mein Fliegenwert gestiegen. Jetzt haben wir noch Helizeitrennen. Fliege mit deinem Helikopter so schnell wie möglich durch die Stadt. Das machen wir doch gleich. Dies ist eine weitere Hubschrauber-Flugstunde, diesmal aber mit einer kleinen Betonung auf Geschwindigkeit. So, das nehmen wir gleich mal. Weil wir trainieren hier immer noch für unseren Auftrag, den wir haben. Da muss der Michael nämlich ein bisschen Hubschrauber fliegen. So viel kann ich mal verraten. Und dementsprechend müssen wir hier noch ein bisschen üben, dass er es kann. Obwohl er es ja drauf hat, ne? Also ich bin ja im Endeffekt am Steuer. Ich habe vor allem, wo ich das Mikrofon eingestellt habe, habe ich Tests gemacht. Und hier in GTA vor allem. Und da habe ich aber im Online-Modus gespielt und da ist meine Musik vom Ingame noch eingeschaltet. Und da habe ich wieder gedacht, Mann, ich hasse das, dass ich hier bei YouTube das Spiel nicht mit Musik hochladen kann. Das ist wirklich schrecklich. Ich würde so gerne, vor allem haben die anscheinend neue Patches gemacht und haben ein paar Lieder wieder hinzugefügt. Und da sind so richtig schöne Klassiker dabei. So Lieder, die man kennt von Ghostbusters zum Beispiel. Oder andere Lieder, die ich vorher auf jeden Fall in dem Spiel noch nie gehört hatte. Und deswegen, ich finde das wirklich schade. So, dann kann man ein bisschen Gas geben hier. Ein bisschen Höhe gewinnen. Oh, das war aber knapp. So, hier holen wir am besten eine Menge aus. Komm. Ah, geil. Geschafft. So, ein bisschen niedriger werden. Jetzt muss ich da knapp über die Brücke. So, also ich kann bei diesem Spiel wirklich einfach nur einen Controller empfehlen. Definitiv. Mit Tastatur und Maus. Ich habe es noch nicht probiert, ganz ehrlich gesagt. Aber mit dem Controller geht es echt schön angenehm. Ach, da vorne war die blöde Stille. Dazwischen den Dingern durch. War echt. Und das dann auch mit dem Zeitdruck. Komm. Oh, geschafft. Nummer eins. Boah, geschafft. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, jetzt hier rum. So. Dann geht es wieder zurück zum Flughafen. Ich habe noch ein bisschen Puffer für Silber. So, erstmal wieder Höhe. Runter. Komm, komm, komm. Runter, runter, runter. So, geschafft. Sehr schön. Nicht schlecht bestanden. Hier die Zeitrennen. Wir haben es geschafft. So, jetzt Fallschirmsprung. Ach, das kommt auch noch. Was ist denn das? Verdiene deine Sporen, fliege deinen Kurs durch die Stadt und führe dabei Kunstflugmanöver durch. Okay. Machen wir erstmal Fallschirmsprung. Machen wir jetzt auch noch durch. Also, wenn, dann machen wir die Flugschule jetzt komplett durch. Dann haben wir das erledigt. So, drei, zwei, eins und Jumping. Drücke X, um zu springen. Jui. Ziele auf die Landmarkierung und öffne Fallschirmsprung, wenn du nah am Boden bist. So, wo ist die Landmarkierung? Die ist irgendwo. Dort unten an dem Eck irgendwo. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal Fallschirmsprung gesprungen seid. Wird mich mal interessieren. So, er ist kurz vorm Boden. So, wo ist denn hier die blöde Markierung? Wo ist denn hier die Markierung? Sag mal. Oder bin ich jetzt ganz falsch gesprungen? Bin ich jetzt ganz falsch gesprungen? War die ganz woanders? Ich hätte woanders hingehen müssen, was geht denn ab? Das war doch direkt. Oder war das einfach nur, weil es außerhalb der Karte war? Also, das probieren wir noch mal natürlich. Ähm, Fallschirmsprung auswählen. Also, der Sprung selber war schon gut, aber ich bin nur, komm, überspringen. Ich bin nur jetzt am falschen Ziel gelandet. Das ist natürlich auch peinlich. Und springen. So, Karte. Da muss ich irgendwo hin. Diesmal ein bisschen Gas geben, also ein bisschen leicht nach vorne drücken. Wo ist denn diese Landemarkierung, sag mal? Also, ich fliege diesmal wirklich über den Flughafen hinweg. Ich hab bloß noch keine Ahnung, wo diese Landemarkierung ist. weil ich muss wirklich da oben auf dem Dach ist die. Da oben auf dem Parkhaus auf dem Dach ist die. Ah, okay. Da wäre natürlich so ein Anflug von der Längskante hier. Ganz, nicht schlecht. so. Achso, okay. Die Präzisionslande, haben wir wieder was gelernt. Sehr schön. Die anderen Tasten waren schießen. Falsch im Sprung bestanden und, ähm, was für eine, für eine, für eine Medaille haben wir? Falsch im Sprung, was haben wir? Gold? Haben wir Gold? Wir haben Gold. Sehr schön. Absprungzone. Spring aus hoher Höhe und versuche auf einem sich bewegenden Ziel zu landen. Hui, das kann ja was werden. So, in dieser Saison auf fahrende Ziele. Ich hoffe, du hast frische Unterwäsche an. Das Ziel fährt im Kreis auf der Stapel, also behalte es im Auge und achte, wo ist das? Sehen tut mir da noch nichts. Kannst du Autofahrer in ganz... Toll, das hat man jetzt ja super gesehen. Wir fahren auch noch alles in Dunkeln, ne? Alles in Dunkeln hier. So. Irgendwo da unten ist auf jeden Fall der LKW. Ich werde da ein bisschen noch Höhe verlieren, sonst gleite ich zu lange mit dem Ding. Aber natürlich, da unten ist eine Markierung. Und er fährt auch schon. Mal ein bisschen da rüber. Lass mal ein bisschen überhaupt über die Bahnen kommen. Dass ich so Sachen längs über ihn drüber komme. Oh, aber ganz knapp. Am Rand. Ganz knapp am Rand. Hätte ich gedacht, mich haut es gleich runter. Und gleich weiter hier zu verdienen. Die Sporen, dann haben wir das nämlich alles durch hier. Ähm. Auf jeden Fall fliegen und Kunstflugmanöver machen. Ich bin hier nicht durchgeschwitzt bei der Landung jetzt hier. Deine letzte Aktion verbindet einige extrem gefährliche Stunts. Achso, diese Bilder zeigen dann an, was man machen muss. Okay, seitlich fliegen, rückenfliegen. Probieren wir es mal. Das ist das letzte hier bei der Flugschule. Und abgehoben. Ich bin mal gespannt. Bis jetzt muss ich nur geradeaus fliegen. Da hinten unten, das Grüne ist das Erste. Das sieht aus wie seitlich fliegen. Diese ganze Windverwirbelung machen sie aber auch nicht gerade einfach. Bekommen für das nächste Gait. Seit es grün ist, muss man ein Knife durchführen. So, blau war rückenfliegen, ne? Das ist mal hier durch. Nein, die fliegt dran vorbei. Ach, geschafft. Den habe ich verfehlt. So. Wenn man gleichzeitig noch versuchen muss, dass das Ding nicht abstürzt, der hier. Das ist alles nicht so einfach. Vor allem, die sind ja nicht gerade weit weg vom Boden. Und dann gleich wieder um eine scharfe Kurve, das ist doch ein Schwer. So, komm. Bis jetzt haben wir nur ein Ding verloren, ja? Aber schön zwischen die Häuser durch, dass man auch schön wenig Platz hat. Ja, sauber. So. Komm. Also, ich merke schon, das ist nicht unbedingt ratsam, immer Vollgas zu fliegen. Ich fliege jetzt mal nur Standgas, also normales, ohne Gas zu geben. Das, was halt der, der Flieger selber einstellt, so in die Richtung. Und damit komme ich deutlich besser durch. So, jetzt tun wir mal Rückenlande. Boah. Und dann gleich wieder ein Seidenflug hier. Obwohl, das Seidenflug ja echt noch geht, ne? Wann kann man da besser lenken? Hinten ist das Ziel, sehr schön, da kann man Vollgas geben jetzt. Silber, könnte man auch noch hinkriegen. Sind nur noch zwölf Sekunden. Aber das Ziel ist nicht mal weit weg. Komm, 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 komm. Und juhu. Wir haben es geschafft. Also, diese eine Stelle, wo ich aber abgeschmielt bin, da war schon sehr eng. Verdiene deine Sporen, haben wir gemacht. Medaille, verdiene deine Sporen, haben wir geschafft. Okay. Wir haben jetzt die Flugschule geschafft. Zwar nicht alles mit Gold und auch nur zwei mit Bronze. Aber wir haben es hinter uns. Willst du die Flugschule wirklich beenden? Ja. Weil wir wollen ja, jetzt ist wieder alles dunkel hier. Wo ist mein Auto hin? Alter, wo ist das Auto hin, mit dem ich hergekommen bin? Ist das jetzt da oben? Sauber. Das ist die beschlagnahmende Karre. Das ist diese muss ich mir jetzt ein neues Auto klauen. Dann machen wir das doch mal. Ach, gibt es hier nachts keinen Wärter, oder wie? Gibt es hier nachts keinen Wärter? Komm, kann man da eigentlich die Schranke dann selber öffnen? Geht das? Ich kann nur im Internet surfen sauber und kann Kaffee hier. Aber ansonsten die Schranke rieche ich nicht auf. Schade. So. Ich glaube, ich nehme den Bus da vorne. Ich nehme den Touribus. Das kannst du aber sowas von glauben. Das sind sogar zwei. Komm. Fahr. Wenn ich dann hier rum kann. Und rum. Ich will den Touribus hier. Und aber wie ich den fahre. Da steht natürlich noch GT40, aber ich will den Bus. Aber wie ich den fahre, ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an und sage bis dahin. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.